Hallo alle zusammen und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Körpernetze Teil 2. Wir basteln einen Zylinder. Ihr wisst schon, was Körpernetze sind. Nachher wisst ihr, durch welche Flächen ein Zylinder begrenzt wird und wie man einen Zylinder bastelt. Das Video besteht aus sieben Abschnitten. 1. Wie ein Zylinder aufgebaut ist. 2. Was wir zum Basteln benötigen. 3. Wir zeichnen Grundfläche, Deckfläche und Mantel. 4. Wir schneiden aus. 5. Wir kleben den Mantel. 6. Wir kleben Grund- und Deckfläche an. 7. Der Zylinder ist fertig. 1. Wie ein Zylinder aufgebaut ist. Könnt ihr euch noch an den Zylinder erinnern? Hier haben wir einen stehenden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. 1. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. 2. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. 3. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. 4. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. 5. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com 5. Probiere es am besten.